Ja, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Es sieht alles etwas anders aus. Es gab eine kleine Änderung hier in meinem Videoaufnahmesetup. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss da ein bisschen was ändern. Ich habe keinen Bock immer gehabt, irgendwie drüben ins zweite Wohnzimmer zu gehen, um da die Filme bzw. um da die Videos aufzunehmen für euch. Deswegen jetzt hier alles gebündelt an meinem Arbeitsplatz. Ich habe mir so ein kleines Studio eingerichtet. Ist auch noch nicht komplett fertig. Die Kamera ist aktuell noch ein kleines bisschen schief. Das wird sich morgen ändern. Ich bekomme morgen noch ein paar Accessoires, die ich brauche, um das hier richtig gut und professionell einzustellen. Und dann können wir, und das ist das Spannende, dann können wir in Zukunft sogar auch Livestream auf YouTube. Das habe ich mir nämlich für das nächste Jahr vorgenommen. Da habe ich irgendwie Lust drauf. Ab und zu vielleicht mal in regelmäßigen Abständen mit euch ein bisschen live zu streamen, ein bisschen live zu schnacken. Vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Gast mal live mit im Stream. Das würde mich freuen. Und heute machen wir Folgendes. Wir machen heute als kleinen Ausstieg aus 2023, gucken wir uns mal die beliebtesten Düfte 2023 an, laut Parfumo. Da gucken wir uns alle an. Wir gucken uns mal die Frauendüfte, die Herndüfte und die Unisex-Düfte an. Und ich werde einfach ein bisschen was dazu labern, was ich von den Düften halte, was ich von 2023 so als Duftjahr hielt. Und ja, das machen wir. Wir machen jetzt Folgendes. Deswegen, ich kann hier nämlich alles an meinem schlauen PC dann umschalten. Und wir switchen jetzt einfach mal die Szene und gehen hier auf meinen Desktop drauf und sehen, dass wir schon mal bei Parfumo sind und uns die Top-Damendüfte 2023 mal aufgerufen haben. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich werde jetzt zu den Frauendüften wirklich nicht sehr viel sagen, weil ich davon, glaube ich, keinen einzigen gerochen habe. Wir lassen es nur mal ganz kurz auf. Also auf Platz 1 ist ein Gola, Chalimar Melissime Iris. Ist ja, glaube ich, jedes Jahr so, dass ein Gola da von Chalimar immer irgendwie eine Limited Edition raushaut. Wie die in diesem Fall riecht, kann ich euch leider nicht sagen. Aber es gibt ja 227 Bewertungen. Wir können mal drauf gucken. Es gibt auch ordentlich Statements und Rezensionen zu dem Duft. Wenn es euch interessiert, dann lest euch die einfach mal durch. Wie gesagt, auf Platz 2 ist dann Burberry Goddess. Den habe ich tatsächlich vor ein paar Wochen in Leipzig in einer Parfümerie riechen können. Fand ich ganz gut. Ja, halt ein schöner Frauenduft. Ja, und die anderen, wie gesagt, da muss ich jetzt wirklich nicht viel zu sagen, weil ich weiß wirklich nicht, wie sie sind. Wir switchen mal zu den Herrendüften Top 2023. Und da sehen wir, auf Platz 1 gab es einen Duft, der hat alle anderen übertrumpft. Und zwar ist das das Le Mal Elixir von Jean-Paul Gaultier. Habe ich auch riechen können. Hat mir tatsächlich, ehrlich gesagt, ganz gut gefallen. Es ist jetzt nicht meine Duftrichtung, mit der ich irgendwie extrem viel verbinde. Es ist halt die typische Le Mal DNA Lavendel Tonka Bohne. Ein bisschen auf die Spitze getrieben, auch was Haltbarkeit und so betrifft. Wir gucken uns mal die Bewertung an. Also ein 8,4 bei über 1.000 Bewertungen ist natürlich, sage ich mal, spricht für sich. Und auch so sind die Leute von dem Duft ja wirklich begeistert. Wie gesagt, ich fand den auch nicht schlecht. Hat mir ganz gut gefallen. Ist jetzt nichts, was ich persönlich tragen würde. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine etwas jüngere Zielgruppe als ich vielleicht mit meinen 36 Jahren den einfach sehr interessant finde. Auf Platz 2 muss ich ganz ehrlich sagen, auch zu Recht der Sunrise on the Red Sand Dunes. Müsste eigentlich auf Platz 1 für den dümmsten Namen sein, weil ich sage mal, länger geht es wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber von Zara ist ein richtig, richtig toller Inspired by Louis Vuittons Imagination. Imagination. Also ich glaube, bescheuert hätte ich das wirklich auch nicht aussprechen können. Ich sage einfach Imagination. Ein etwas anderer Take an dieser Duft-DNA. Ich finde ihn persönlich ein bisschen cremiger. Bei mir persönlich auf der Haut kommt die schwarze Johannisbeere leider nicht so stark zum Vorschein, wie ich mir das vielleicht eigentlich gewünscht hätte. Aber machen wir uns noch nichts vor. Also für den Preis ist das wirklich eine absolute Alternative zum Louis Vuitton. Das Ding kostet, glaube ich, 25 Euro. Ich habe letztens auch sogar mal ein Angebot gesehen. Da gab es das Eau de Parfum mit einem Body Spray für 12 Euro. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war bei Zara. Müsst ihr mal gucken. Vielleicht findet ihr das irgendwo noch. Aber es ist ein wunderschöner, frischer Duft für den Sommer. Vielleicht auch noch für den Frühling. Und ja, damit macht ihr nichts falsch. Also Platz 2 der Sunrise on the Red Sand Dunes. Platz 3 Acqua di Gio Parfum von Giorgio Armani. Habe ich in der Parfümerie auch riechen können. Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum man den Profumo dafür hat einstellen müssen. Ich finde tatsächlich, beide riechen sehr ähnlich. Ich glaube, in einem Blindtest, ich weiß nicht, ob ich es rausriechen würde, wer der Profumo ist und was hier das Parfum ist. Ich fand tatsächlich das Profumo vielleicht noch einen Ticken herber und männlicher durch noch ein bisschen mehr Weihrauch. Aber ja, gut, ich sage mal, sei es drum. Platz 4, Sand Desert at Sunset. Wieder ein Zara, also Zara in den Herren Top 10 zweimal vertreten. Und das hier soll ein Inspired by Kilians Angel Share bzw. Parfums de Marley Ouajan sein. Kann ich nicht zu sagen, habe ich nicht gerochen. Ist nicht meine Duftrichtung. Ist, glaube ich, eher so in die Richtung süßlich gourmand einzuordnen. Und deswegen wird er sicher aber trotzdem da nicht zu Unrecht stehen. Dann Platz 5, bin ich sehr stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein eigener Duft von Grauton Parfums, der Pro Homme. Mittlerweile mit 257 Bewertungen und einer 8,4 von 10. Hätte ich mir wirklich nicht erträumen lassen, dass da wirklich mein eigener Duft, den ich auch. Und das finde ich immer, ich will es einfach immer noch mal erwähnen. Weil das ist ein Duft, den ich nicht nur unter meinem Label vertreibe, sondern den ich selber in viel Mühe und, ja, ich sage mal, in unzähligen Versuchen selber auch kreiert habe. Das heißt, die Formel habe ich selber erstellt. Ich habe den selber produziert und hergestellt. Und deswegen erfüllt es mich natürlich mit extrem viel Stolz, dass er so gut ankam dieses Jahr und da auf Platz 5 bei den besten Herndüften 2023 gelandet ist. Auf Platz 6 dann ein Creed, Absolue Aventus. Relativ neu, ich glaube, den gibt es tatsächlich erst seit ein, zwei Monaten offiziell. Und dann gleich in die Top 10, beziehungsweise sogar in die Top 6. Ich habe ihn leider noch nicht gerochen, habe viele Meinungen dazu schon gelesen, dass er ein Mix aus dem ursprünglichen Aventus sein soll. Ein bisschen mit einer Dior Sauvage Elixiernote. Kann ich nichts zu sagen, muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich nicht wirklich an dem Duft interessiert bin. Wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, in irgendeiner Parfümerie den mal zu riechen, dann werde ich das sicherlich machen. Aber, ja, so interessiert er mich jetzt nicht. Platz 7, ein Duft, den ich auch getestet habe, da geht der Dank raus an den Lars, den Blue Beanie, der hatte mir da eine Abfüllung geschickt, ist der Elysium Eau Intense von Roja, der tatsächlich aber nicht so gut ankam, wie sich das die Marke vielleicht erhofft hat. Da waren die Meinungen zu etwas gespalten. Ich glaube, das Alleinstellungsmerkmal von dem Duft ist, glaube ich, so ein bisschen diese säuerliche Rhabarbernote. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Hype um den normalen Elysium schon nicht verstanden habe. Und ich jetzt in diesem Fall den Elysium Eau Intense auch jetzt nicht weltbewegend fand. Das ist ein angenehm, gut tragbarer, frischer Duft. Aber davon gibt es so viele und so viel preiswertere, dass ich wahrscheinlich persönlich selber nicht zu diesem hier greifen würde. Ist auch von der Haltbarkeitsbewertung relativ, ich will jetzt nicht sagen schwach, aber mit 6,8. Ist jetzt nicht der performanteste Duft, was bei einem frischen Duft ja sowieso eigentlich nicht so die übergeordnete Rolle spielt. Aber viele haben sich darüber beschwert, dass ich einfach im Verhältnis zum Preis-Leistungs-Verhältnis da nicht zufrieden war mit der Haltbarkeit. Kommen wir noch auf Platz 8, Boss Bottled Elixier von Hugo Boss. Hugo Boss auch mal wieder vertreten, hat jetzt hier eine 7,6. Habe ich selber auch noch nicht riechen können, soll aber so diese Hugo Boss DNA etwas markanter machen. Etwas holzig-würziger, vor allem soll da mit Weihrauch und mit Harzen gespielt worden sein, was ich persönlich sehr interessant finde. Also wenn ich mal demnächst wieder in der Parfümerie in der Stadt bin, werde ich den auf jeden Fall mal testen. Aber sicherlich nicht zu Unrecht in der Top 10 der Herndüfte. Dann haben wir noch Platz 9 und 10, die können wir relativ schnell abhaken. Den Lom Ideal Platin von Guerlain sowie den Gentleman Society von Givenchy habe ich beide leider nicht riechen können. Ich habe nur gehört, dass der hier, der Lom Ideal Platin, eigentlich mehr oder weniger ein Lom Ideal Cologne sein soll, was ja eingestellt wurde. Also für die Leute vielleicht ganz interessant, die dem Cologne hinterher getrauert haben. Und der Gentleman Society von Givenchy, ja das wird wahrscheinlich einfach wieder die x-te, süß, pudrig, irislastige Version von Givenchy's Gentleman sein. Kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich viel zu sagen. Wir gucken auch noch mal auf die Unisex Top 10 2023. Und da sehen wir vorne ganz groß, der Wortwitz sei erlaubt, das Zugpferd, aktuell von Parfüms de Mali, den Alter ihr. Habe ich nicht gerochen, bin mir aber sicher, wenn ihr auf sehr, sehr süße Vanilledüfte steht, dass der euch mit Sicherheit gefallen kann. Wenn es in euer Budget passt, muss man immer dazu sagen. Ich finde, die Parfüms de Mali-Düfte, finde ich, liegen immer noch für mich in einem leicht akzeptablen Preisbereich. Da kommen wir dann auch noch mal zu einem anderen Duft, der da ein bisschen drüber ist. Aber der wird nicht zu Unrecht bei 1214 Bewertungen hier auf Platz 1 stehen. Platz 2, Louis Vuitton Pacific Chill, habe ich gerochen, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, ist ein schöner, fruchtig, frischer Duft. Muss allerdings dazu sagen, dass ich finde, dass ihm ein bisschen so das Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu den anderen frischen Düften von Louis Vuitton fehlt. Ich finde zum Beispiel den Imagination um einiges besser. Ich finde den Orange, auch wenn er eine relativ schwache Haltbarkeit hat, besser. Ich finde den Afternoon Swim besser. Ich finde den bei, bei der Pool, Afternoon Swim, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie er heißt. Afternoon Swim war, glaube ich, der Mandarinen-Duft. Der On the Beach? Nee, war es der On the Beach, den ich meine? Gab es nicht irgendwie einen Swimming-Pool-Duft? On the Beach, Orange, California Dream, Afternoon Swim. Irgendwie vertue ich mich da gerade, aber wie gesagt, ich fand den Pacific Chill im Vergleich zu den anderen frischen Düften von Louis Vuitton ein bisschen abfeilend, weil er mir persönlich auch zu süß war. Wir kommen mal zu Platz 3, der Sugar Leather von Une Nuit Nomade. Habe ich persönlich nicht gerochen, kann ich euch nicht zu viel zu sagen. Soll ein etwas süßlicher Leder-Duft sein, wem das gefällt, der kann da ja mal reinriechen. Dann auf Platz 4, Amois, der Guidance, habe ich auch nicht riechen können, muss ich allerdings auch nicht, wenn ich mir die Duftpyramide angucke und wenn ich mir den Parfümeur angucke. Also wenn ich sehe, Quantum Beach und dann in der Kopfnote Birne und Haselnuss, ich glaube nicht, dass ich damit was anfangen würde, anfangen können würde. Wenn ich den mal irgendwo stehen sehe, werde ich den sicherlich nochmal probieren, aber ja, interessiert mich tatsächlich wirklich nicht so sehr. Platz 5, Panadora Moonlight, ja, ist glaube ich die drölfzigtausendste Variante, wie man einen Duft ähnlich wie Baccarat Rouge aufbauen kann. Ja, hier in der Kopfnote mit Pflaume und Mandarine. Letztendlich ist es aber so, diese DNA, ob ich jetzt nun immer mal wieder ein bisschen durchspiele und da versuche, nochmal was Neues reinzubringen, ich weiß nicht, ob das in den nächsten Jahren auch noch Erfolg haben wird. In dem Fall spricht es offenbar für den Duft und für Panadora, dass die Leute sagen, wir haben diese DNA noch nicht satt. Ich kann dazu nicht viel sagen, habe mir aber ehrlich gesagt auch nicht gerochen. Infinity von Montal ist ein für Montal-Verhältnisse recht unsynthetischer Duft, wie ich finde, der mit einer Schwarzkirsche arbeitet, ist also wirklich ein schöner Kirschduft. Ich glaube, da muss man schon auf sehr, sehr süßfruchtige Düfte stehen. Hier als ähnlich wird der Jump Up und Kiss Me Hedonistik von Clive Christian genannt, der preislich in einer ganz anderen Liga spielt. Wer also vielleicht eine Alternative zu einem süßfruchtigen Kirschduft sucht, der hat den wahrscheinlich hier in dem Infinity von Montal gefunden. Wir kommen mal zu meinem Highlight aus dieser Liste hier aus der Region Unisex und zwar der L'Ou Papier von Diptyque. Das ist ein Traum von einem Duft, kann ich euch sagen. Ich habe den letztes Jahr zusammen mit meiner Freundin in der Diptyque-Boutique in Berlin kennengelernt und da hat er uns schon wahnsinnig gut gefallen. Und heute, beziehungsweise dieses Jahr zu Weihnachten, hat meine Freundin den Duft von mir dann geschenkt bekommen und sie ist nach wie vor hellauf begeistert. Und ich finde auch, das ist ein wunderschöner, wirklich ein wunderschöner, einumhüllender, warmer Hautduft. Also ich würde den als Hautduft tatsächlich bezeichnen, weil der wie eine zweite Haut wirkt. Also der trägt sich toll. Duftnoten sagen jetzt hier Reisdampf, weißer Moschus, gerösteter Sesam, helle Hölzer und Mimose. Ich kann euch sagen, ich habe durch Umwege mit einem bekannten Parfümeur die Formel ausgetauscht, beziehungsweise die Ergebnisse aus einem, ja, aus einem Chromatografen-Ergebnis. Und ich kann euch sagen, der besteht, glaube ich, zu 40 Prozent aus Moschus. Was kurios ist, weil meine Freundin eigentlich gar keine Moschus-Düfte mag, aber den liebt sie und es ist wirklich ein Traum von einem Duft. Das ist wirklich ein Duft, der sich wirklich wie eine zweite Haut trägt, der umhüllt einen, der ist nicht laut, der schreit nicht, der ist trotzdem die ganze Zeit präsent. Und also wenn ich euch von diesen Düften hier dieses Jahr einen empfehlen kann, dann wirklich den Low-Papier. Probiert den einfach mal aus. Auch vielleicht wirklich für eure Freundin, für mich wäre er persönlich selber zum Tragen, einen kleinen Tick zu feminin, aber für mich ganz klar das Highlight aus diesem Jahr. Auf Platz 8 von Kai Porten, der Ute 31, ja, über den wurde schon so viel diskutiert, dass ich da eigentlich nicht auch noch meinen Senf dazu abgeben muss. Verzeihung. Es ist ein gut gemachter Duft, ganz klar. Ich bin nicht die Zielgruppe, muss ich auch dazu sagen. Ich mag keine zu süß amprierten orientalischen Düfte. Da bin ich komplett raus. Wenn ihr aber dieses Genre liebt, also dieses Genre der Wuchtigen, der schweren Orientalen, dann wird er euch sicherlich gefallen, wenn ihr dieses starke Ute im Opening tolerieren könnt. Ich liebe Ute-Düfte, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich finde den nicht sehr animalisch. Ich finde den eher wirklich würzig. Ich finde allerdings, dass das Opening durch eine relativ präsente Kardamom-Note und das Ute schon stellenweise auch Leute sicherlich an ihre Grenzen bringen kann. Also ich verstehe die Leute, die sagen, nee, der ist mir zu krass. Ich verstehe allerdings nicht die Leute, die sagen, der riecht für mich wie Käse, weil wie Käse riecht er für mich persönlich wirklich nicht. Ich finde ihn, wie gesagt, auch nicht sehr animalisch. Ich finde ihn einfach wirklich sehr, sehr würzig, leicht medizinisch. Und hinten raus wird es dann einfach ein sehr, sehr gefälliger Rose-Ute-Duft mit einer gehörigen Portion Amber, wo ich mir dann sage, da würde ich persönlich lieber zum Ute-Setten Mut greifen, weil der mir in seiner Grund-DNA noch ein bisschen besser gefällt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die zwei Düfte eins zu eins sind. Ich finde schon, dass sie in eine ähnliche Richtung gehen. Also diese Rose hat so eine leichte, süßliche Marmeladen-Facette, wie ich finde. Haltbarkeit, ja, ist sicherlich in den letzten Jahren das Thema schlechthin gewesen. Ist der Duft-Biest-Mode genug? Ich glaube, der ist genug-Biest-Mode. Ich persönlich finde ihn eigentlich auch zu stark, weil er einen relativ schnell auch auf die Nerven gehen kann, wenn man übersprüht. Wenn man den, glaube ich, einmal sprüht, dann kann man mit dem über den Tag, über den gesamten Tagesverlauf, glaube ich, ganz glücklich werden. Wenn man den aber übertreibt, dann wird der auch fürs komplette Umfeld relativ anstrengend. Und, muss man natürlich auch noch dazu sagen, die Preisdiskussion, die gab es natürlich auch. Ich finde persönlich, ich glaube, der liegt bei 370 Euro. Ich persönlich finde ungefähr 7 Euro pro Milliliter auf 100 ml runtergerechnet ein bisschen zu happig. Ich weiß, dass da ganz ordentliche Rohstoffe drin sind, dass es viel Ud drin ist, viel Sandelholz angeblich. Ich weiß es nicht. Es riecht für mich tatsächlich von der Komposition hochwertig. Das heißt, da werden keine billigen Öle verwendet worden sein. Allerdings finde ich trotzdem 7 Euro pro Milliliter einfach zu krass. Also das ist mir bei Kai Porten zu viel, das ist mir bei Rocha zu viel, das ist mir bei jeder Marke zu viel. Ich finde einfach, dass das preis-leistungstechnisch nicht mehr irgendwie, ja, ich finde, ich kriege das dann preis-leistungstechnisch irgendwie nicht mehr unter einen Hut. Dass ich sage, ich bezahle hierfür einen Duft und kriege auch das, was ich dafür bezahle, in entsprechenden Mehrwert. Das sehe ich persönlich bei so teuren Düften, ehrlich gesagt, nicht. Aber das sieht wahrscheinlich jeder anders. Kommen wir noch schnell zu den letzten zwei Düften. Den Ani X von Nishane. Habe ich nicht gerochen. Kann ich euch nicht sagen, wie der riecht. Und der Giardino di Boboli von Roberto Ugolini kann ich euch auch nicht sagen, wie der riecht. Ich lese allerdings des Öfteren, dass er wie der Flora Botanica von Balenciaga riechen soll. Und wenn er so riecht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ein guter Duft. Weil der Flora Botanica gefällt mir tatsächlich auch an meiner Freundin im Sommer, beziehungsweise bei wärmeren Temperaturen, ziemlich gut. Ja, und damit sind wir im Grunde genommen mit der Top Ten der beliebtesten Düfte 2023 auf Parfumo durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es kommen die Tage, vielleicht auch aus Anfang nächsten Jahres, kommen definitiv mehr Videos. Ich habe unter anderem, das kann ich euch sagen, ich habe das neue Sample-Set von den hochpreisigen 4711-Düften hier, die ein bisschen, ja, auf Parfumo zur Zeit verrissen werden. Da können wir uns dann selber mal einen Überblick verschaffen, wie gut oder wie schlecht die sind. Das kommt sicherlich irgendwie an, ja, in den nächsten ein, zwei Wochen wird das Video kommen. Und sobald ich hier irgendwie neuere Informationen, sobald ich hier mehr Informationen zum Thema Livestream auf YouTube habe, werde ich euch das natürlich mitteilen. Und bis dahin wünsche ich euch einen guten Start in 2024. Rutscht gut rein, bleibt gesund und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.